Herzlich willkommen. Heute möchte ich ein kurzes Video machen zum Thema, wie kann ich meine Bedürfnisse herausfinden. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wenn man keine Hilfe hat oder kein Gegenüber hat und gar nicht so recht weiß, was denn bei einem eigentlich sich abspielt im Inneren. Wir haben ja ganz häufig gelernt, deshalb ist das so schwierig, diese Bedürfnisse herauszufinden, wir haben ganz häufig gelernt, dass wir egoistisch sind, dass wir uns zu wichtig nehmen, dass wir arrogant sind und so weiter, wenn wir unsere Bedürfnisse wichtig nehmen und wenn wir unsere Bedürfnisse ausdrücken. Und ich bin da selbstverständlich anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass du die einzige Person bist, die ihre Bedürfnisse wirklich erforschen kann und dann auch ausdrücken kann. Und es ist eine Forschungsarbeit. Bedürfnisse sind nicht immer ganz klar. Manchmal gibt es auch zwei verschiedene Bedürfnisse gleichzeitig und dann sind wir ambivalent zum Beispiel. Oder wir wissen gar nicht genau, was jetzt hier los ist mit uns und alles ist so ein bisschen schwammig. Als erstes, das ist okay. Und dann ist es gut, wenn du mit dir selbst geduldig bist und neugierig bist auf dich. Wenn du neugierig bist auf dich, dann hilft dir das zu forschen und nicht schon wissen zu wollen. Ganz häufig wollen wir ja bereits wissen, wie jetzt das geht und fertig sein und endlich diese Bedürfnisse kennen. Und manchmal ist es einfach nicht so einfach. Weil Bedürfnisse auch schichtenweise laufen. Dann habe ich vielleicht ein erstes Bedürfnis erkannt. Und dann merke ich, dass darunter ein viel Größeres ist oder ein anderes. Ganz häufig sind diese interaktiven Bedürfnisse wie Wertschätzung, anerkannt sein, gehört sein oder diejenigen nach Autonomie, die eigenen Träume verfolgen und verwirklichen oder diejenigen, die ganz stark mit einem Selbst zu tun haben, nämlich Stille und Seelenpflege. Wichtig. Also was ist wann gerade wichtig? Bedürfnisse sind auch ein bisschen wie Wetter. Es hat häufig etwas und das verändert sich. Und je nachdem, wie du ganz persönlich gestrickt bist, sind die einen viel, viel wichtiger als die anderen. Was ich aber festgestellt habe über diese letzten 25 Jahre Unterricht in Kommunikation, ist, dass diese interaktiven Bedürfnisse, die uns verbinden, die verbindend sind, die sind für uns ganz wichtig. Und auch diejenigen, die uns die Autonomie gewährleisten, also diejenigen, die uns erlauben, dass wir ganz frei sind und dass wir ganz autonom uns fühlen zumindest. Wir sind ja nicht ganz frei. Wir sind ja immer in Verbindung, weil wir sind ja Gruppenmenschen, auch wenn das jetzt im Moment so vereinzelt daherkommt und das gesellschaftlich so entwickelt, dass das Individuum so wichtig geworden ist. Wir sind immer noch darauf angewiesen, dass wir in der Gruppe sind. Und sobald wir die Zugehörigkeit nicht mehr haben oder diese gefährdet ist zum Beispiel oder die Sicherheit in der Gruppe, dann wird es für uns ganz schwierig. Da sind wir immer noch mit den alten Teilen des Hirns unterwegs. Was kannst du also tun, wenn du jetzt gerade nicht weißt, was dein Bedürfnis ist und wenn du auch mit niemandem darüber sprechen kannst? Das kann ja auch sein. Ich verlinke dir hier unten zwei Links, ein Dokument einerseits, das heißt Soforthilfe Kommunikation und der zweite Link ist eine Videoserie, die heisst Finde deine innere Wahrheit und da findest du Gefühls- und Bedürfnislisten. Und dann nimmst du diese Bedürfnisliste und schaust sie an. Also gehst mit neutralem Blick, ohne groß zu suchen, gehst du durch und schaust diese Bedürfnisse an und dann schaust du, welche dich ansprechen. Also bei welchem Bedürfnis hat es eine innere Bewegung? Das kann sein, dass es im Körper etwas macht, dass es dich anspannt, dass es dich entspannt oder es kann sein, dass es so ein inneres Ja gibt und dann streiche dir die an oder mach dir eine Notiz. Und dann probiere aus, wie das ist im Alltag, ob das übereinstimmt. Ist das tatsächlich so, dass vielleicht hattest du eine Situation und aufgrund von dieser Situation hast du dann die Bedürfnisliste hervorgenommen und dann kannst du noch mal testen im Alltag und schauen, okay, ist das wirklich das, was ich will? Ist es das, was ich gerne möchte? Und ist es das, wofür ich mich gerne einsetzen möchte auch für mich? Und kann ich das? Mich einsetzen für mich? Das ist dann noch mal ein anderes Thema. Aber zumindest mal fühlen innerlich. Und wenn du es gefühlt hast, dann kannst du es ausprobieren und schauen, wenn ich es denn benenne, was passiert dann? Und wenn du es benannt hast, dann mach immer eine Verbindung. Wenn du ein Bedürfnis genannt hast und zwar von dir her und nicht mit einer Du-Botschaft, dann mach eine Verbindung und frage, wie kommt das bei dir an? Wie ist das für dich? Siehst du das auch so? Kannst du mir sagen, wie es dir damit geht? Solche Fragen. Und dann hör zu. und dann forsche weiter. Forsche weiter und schau, ob du dir jemanden zur Verfügung stellen kannst, ob du dir jemanden suchen kannst, der dir hilft und dich spiegelt. Und wenn es das nicht gibt, dann mach es wirklich so, dass du schaust, was passiert bei mir. und wenn gerade nichts passiert, dann versuche es am nächsten Tag nochmal. Und nochmal. Und immer wieder. Es ist nicht so, dass ich das in fünf Minuten gelernt habe. Ich habe das auch wie eine Forschungsreise mit mir selber gemacht. Und deshalb kannst du das bestimmt auch. Probier's. Und sonst mach einen Kommentar oder schreib ein Mail. Tschüss, bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal.